Was ist das? Bu nedir. Das ist ein Tasche. Bu bir çanta dir. Das ist ein Tisch. Bu bir masa. Das ist ein altes Auto. Bu eski bir araba dir. Wo willst du morgen hingehen? Yarın nereye gitmek istersin? Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Beşiktaş'a gitmek isterim. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Finalmaç'a gitmek isterim. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Kupa maçına gitmek istiyorum. Was machst du heute? Bugün ne yapıcaksın. Ich werde heute Urlaub haben. Bugün tahti yapıcağım. Heute gehe ich einfach ins Bett. Bu gül sa de jayatajım. Ich bin ein wenig krank. Ich werde mich ausruhen. Bir as hosteyim, dinleni jam. Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Neden okula gitmedin? Deshalb werde ich nicht gehen. Bu nedenle gitmeyeceğim. Ich möchte heute nicht gehen. Bugün gitmek istemiyorum. Kommst du zum Endspiel? Finalmaç'ına gidecek misin? Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Biletim olmadığı için gidemeyeceğim. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Er ishim biterse gitmeye çalışacağım. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Bu inanılmaz bir Araba. Hanginize ait? Ich glaube, der Besitzer ist ausgegangen. Sanırım sahibi dışarıya çıktı. Warum fragst du? Neden soruyorsun? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Bu proje de kiminle çalışacağız? Dieses Projekt wurde abgebrochen. Bu proje iptal oldu. Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Bu toplantıya katılacak kişileri tanıyor musun? Nein, ich kenne niemanden. Hayır, kimseyi tanımıyorum. Ja, ich kenne sie alle. Evet, hepsini tanıyorum. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Bu inanılmaz bir Araba. Hanginize ait? Mein Auto Binim Arabam Nicht unseres Bisimdiil Was kostet diese Hose? Bu pantolonun 14 nediş 23 Dollar 23 Dollar In welchem bereich sind Sie tätig? Hangi alanda çalışıyorsunuz? Ich bin im Marketing Team. Pazarlama ekibindeyim. Ich bin im Team für Informationstechnologien. Bilgiteknologileri ekibindeyim. Wie kannst du so schnell laufen? Nasıl bu kadar hızlı koşabiliyorsun? Weil ich hart arbeite. Çünkü çok çalışıyorum. Eigentlich bin ich nicht sehr schnell. Aslında çok hızlı değilim. Machen wir nächstes Wochenende etwas zusammen? Gelecek hafta sonu birlikte bir şeyler yapalım mı? Das wäre toll. Sollen wir ein Picknick machen? Harika olur. Picknick yapalım mı? Wir können zu einem Basketballspiel gehen. Basketball matchına gidebiliriz. Bist du ein Ingenieur? Sen bir mühendis misin? Ja, ich bin Ingenieur mit fünf Jahren Erfahrung. Evet, beş yıllık bir mühendisim. Nein, ich bin kein Ingenieur. Hayır, ben mühendis değilim. Woher kommst du? Nerelisiniz? Ich bin Amerikaner. Amerikalıyım. Ich komme aus England. Ingiltere'den geliyorum. Holst du morgen mein Handy zur Reparatur ab? Telefonumu yarın tamirden alacak mısın? Ich werde es morgen um 8 Uhr abholen. Yarın saat sekizde alacağım. Es wurde noch nicht repariert. Henüz tamir edilmemiş. Was ist im Glas? Kavanozun içinde ne var? Es gibt Erdbeermarmelade. Çilekreçeli var. İm Glas ist Honig. Kavanozda Balvar. Was ist unsere Mission? Görevimiz nedir. Beende dieses Spiel schnell. Bu oyunu hızlıca bitirmek. Blockieren eingehende Spiele. Gelen oyuncuları engellemek. Kannst du mir dieses Bild zeigen? Şu resmi bana gösterebilir misiniz? Von welchem Bild sprichst du? Hangi resimden bahsediyorsun? Es sollte in meiner tasche sein. Könnten Sie bitte eine Minute warten? Bir dakika beklemmersen lütfen. Bir dakika beklemmersen lütfen. Sind Sie verheiratet? Evli misiniz? Ja ich bin verheiratet. Evet, evliyim. Nein, ich bin single. Hayır, bekarım. Kommst du auch? Sen de gelecek misin? Ja ich werde kommen. Evet geleceğim. Ich werde kommen, und mein Bruder wird auch kommen. Ben geleceğim, ayrıca kardeşim de gelecek. Werden Sie pünktlich im Büro sein? Zamanında ofiste olacak müssen. Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. Evet, tam zamanında ofiste olacağım. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Biraz gecikebilirim. Ich komme zehn Minuten zu spät. On dakika geç kalacağım. Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Toplantıya neden katılmıyorsun? Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung. Eine saatte bir Toplantım var. Ich muss dringend gehen. Agil çıkmam gerekiyor. Was ist das für ein Papier? Bu kağıt nedir? Es ist Teil meines Physik-Notizbuchs. Physik lefterimin bir parçası. Es ist aus deiner Tasche gefallen. Senin çantandan düştü. Türkler olduğu yapıştır. Bir Peği de teşekkür ederim. Çünkü bu yas da ikisi için. �inariniz? SavunNew ve Fuckin' Täón achei. C見つ66ちは? Yuluk Vi emissionen. Gelen adam nasıl görünüyordu? Der man war sehr besorgt. Adam çok endişeliydi. Der man war sehr wütend. Adam çok kızgındı. Wie viele Personen werden an diesem Treffen teilnehmen? Bu toplante kaç kişi katılacak? 20 Personen werden teilnehmen. 20 kişi katılacak. Es werden nur du und ich sein. Sadece sen ve ben olacağız. Können wir heute zusammenarbeiten? Bugün birlikte çalışabilir miyiz? Ich bin heute nicht sehr fit. Bugün çok uygun değilim. Tabii, istedin zaman. Haben Sie irgendwelche Fragen? Sorunuz var mı? Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Anlattığınız bilgiler için teşekkürler. Ist das Treffen vorbei? Toplantı bitti mi? Wann soll ich zu Ihnen kommen? Ne zaman size gelmemi istersin? Du kannst kommen, wann immer du willst. İstediğiniz zaman gelmemi istersin. Wie wäre es, wenn Sie abends kommen würden? Akşamı gelmeye ne dersin. Werden Sie diesen Auftrag abschließen können? Bu işi tamamlayabilecek misin? Ich kann das tun, und ich kann auch einen neuen Job machen. Bunu yaparım. Ayrıca yeni gelecek bir işi de yapabilirim. Es gibt zu viele Probleme. Es sieht so aus, als ob es nicht fertiggestellt wird. Çok fazla problem var, tamamlanmayacak gibi. Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Hangi yemekleri çok seversin? Mein Lieblingsessen ist pasta. En sevdiğim yemek makarnadır. Ich wähle das Essen nicht so sehr. Yemek çok seçmem. Müssen wir Büromaterial bestellen? Ofis-Malzemeleri için sipariş vermemiz gerekiyor mu? Ja, Sie sollten nicht zu spät kommen. Evet, çok geç kalmamak gerekiyor. Bitte sofort bestellen. Lütfen hemen siparişi verilem. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Bu proje de kiminle çalışırcağız. Bu proje de sadece bizim ekip çalışırcağız. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Bu proje de Michael ile çalışıyorum. Wo wohnst du? Nerede yaşıyorsunuz? Ich lebe in London. Londra'da yaşıyorum. Ist Tommy eine sehr ehrgeizige Einheit? Tommy çok hırslı birimidir. Evet, bunu her işinde görebiliyorsun. Wohneinheit? Sakin birimidir. Weles ist deine Lieblingslektion? En sevdiğin ders hangisi? Ich liebe den Matheunterricht. Mathematik dersini çok severim. Ich mag den Englischunterricht nicht besonders. İngilizce dersini çok sevmem. Hast du Geld für die Schule? Okul için paran var mı? Ja, es sind noch einige übrig. Evet, biraz kaldı. Hatte sehr wenig. Çok az kaldı. Warum lachst du? Neden gülüyorsun? Was du gesagt hast, war sehr lustig. Söyledin çok komikti. Ich lache über dieses Kind. Şuku joa gülüyorum. Um wie viel Uhr kommst du von der Schule? Saat kaçta okuldan geleceksin? Ich werde gegen 17 Uhr zuhause sein. Saat 5 gibi evde olurum. Ich werde heute nicht nach Hause kommen. Ich werde bei meinem Freund bleiben. Bugün eve gelmeyeceğim. Arkadaşımda kalacağım. Kann ich etwas Geld leihen? Biraz borç alabilir miyim? Leider habe ich auch nicht viele. Maalesef, bende de çok yok. Wie viel brauchen Sie? Sana ne kadar lazım? Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Daha önce araba almisch müden. Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Param olmasına rağmen araba almam. Ich möchte kein Auto kaufen. Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Kaç seneden beri Michael ile Arkadaşsınız? Wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt. Beş sene önce tanıştık. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Doha dünterniştık. Doha dünterniştık. Was ist dein Beruf? Misli nizne. Ich bin ein Student. Örəncim. Mein Lehrer. Öğretmenim. Ich bin ein Computer Ingenieur. Bilgisayar mühendisiyim. Ich bin leitender Manager in einem internationalen Unternehmen. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Güvenlik yazılımını güncelledin mi? Ja. Ich habe es aktualisiert. Evet, güncelledim. Nein. Ich habe es noch nicht aktualisiert. Hayır, henüz güncellemedim. Wirst du Matheunterricht nehmen? Mathematik dersine girecek misin? Nein. Ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben. Hayır, aynı saatte bir başka Sınavım olacak. Ja. Ich muss diese Prüfung ablegen. Evet, bu Sınava girmem gerekiyor. Wann werden Sie mit der Arbeit beginnen? Işe ne zaman başlayacaksın? Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen. Yarın işe başlayacağım. Ich weiß es nicht genau. Tam olarak bilemiyorum. Sie werden nach mir suchen. Beni arayacaklar. Besetzen Sie diesen tel des Autos? Arabanın bu parçasından elinizde var mı? Ich habe das nicht zu hand. Elimde bundan yok. Wie viele wollen Sie? Kaç tane istiyorsunuz? Wie ist das Wetter? Hova nasıl? Das Wetter ist sehr heiß. Hova çok sıcak. Kaltes Wetter. Hova soğuk. Das Wetter ist regnerisch. Hova ya muhlu? Es ist windig. Hova rüzgâli? Hova ya muhlu? Was ist passiert? Ne oldu? Ich bin fast gefallen. Nere deyse düşecektim. Eigentlich gibt es nichts. Auslander bir şey yok. Willst du mich heiraten? Benim ile evlenir misin? Ja. Ich werde dich heiraten. Evet. Seninle evlenirim. Es ist zu früh. Sollen wir noch etwas warten? Daha çok erken. Biraz bekleyelim mi? Ist jemand im Raum? Odada kimse var mı? Es ist niemand im Raum. Odada kimse yok. Es gibt drei Leute, die ich nicht kenne. Tanımadığım üç kişi var. Welcher Tag ist heute? Bugün hangi gün. Heute ist Samstag. Bugün cumartesi. Heute ist Sonntag. Bugün Pazar. Wie sehe ich aus? Nasıl görünüyorum? Du siehst nicht so gut aus. Çok iyi görünmüyorsun. Du siehst sehr schön aus. Çok güzel görünüyorum. Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Toplante odasında projenin Detaillarını tartıştınız mı? Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart. Um die Details zu besprechen. Welche Spielzeuge mag ihr sohn? Was ist dein Lieblingsobst? Oğlun hangi oyuncakları sever? Er liebt Spielzeuge autos. Oyuncak arabalarını çok sever. Er liebt Superhelden. Süper kahramanları seviyor. Was ist dein Lieblingsobst? Ein sevdiğin Meyve hangisidir? Ich liebe Apfel sehr. Elma'ya çok severim. Ich liebe Erdbeeren sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Chile'yi çok severim. Was steht auf diesem Papier? Bu kağıtta ne yazıyor? Ich habe meine Englisch notizen gemacht. İngilizce notlarımı almıştım. Das Notizbuch meines Sohnes. Oğlunun notdefteri. Hast du für die Prüfung gelernt? Sınava çalıştın mı? Eigentlich habe ich studiert. Aber andererseits gibt es viele Probleme. Çalıştım aslında ama diğer taraftan çok konu var. Ich habe es versucht. Aber die Themen sind sehr problematisch. Çalıştım ama çok problemli konular. Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Bu şehirdeki en iyi Café neresi? Das Café Lisa in Taksim ist sehr gut. Taksim'deki Café Lisa çok iyidir. Hier in meiner Strasse gibt es ein sehr gutes Café. Burada benim Sokağımda çok iyi bir Café var. Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch. Tommy çok sakin biridir. Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Tommy çok hırslı biridir. Warst du schon mal in Amerika? Amerika'ya daha önce geldin mi? Ich war noch nie hier. Daha önce gelmedim. Ich bin vor drei Jahren gekommen. Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Ich bin bunu çok kısa sürede tamamlanır. Türkiye'ye de yeterli. Das müssen sie nicht einmal fragen! Bu nasıl bu soru, bana bile gerek yok? Ist der Name Ihres Bruders Michael? Abinin adı Michael M. Nein, der Name meines Bruders ist Tom. Hayır, abinin adı Tom dus. Wie viele Personen sind in Ihrer Klasse? Sınıfınızda kaç kişi var? In meiner Klasse sind 23 Leute. Sınıfımda 23 kişi var. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Sınıfımda eskiden 30 kişi vardı. Wann werden Sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen? Bu kitabı ne zaman okumaya başlayacaksın? Ich werde dieses Buch morgen lesen. Yarın bu kitabı okumuş olacağım. Wer aus der Klasse war bei der Party dabei? Sınıfta kimler Partiye katıldı? Die ganze Klasse schloss sich der Party an. Tüm Sınıf Parti'ye katıldı. Tüm Sınıf Parti'ye katıldı. Lediklich bir kişi yok. Bir kişi katılmadı. Sınıf bir kişi katılmadı. Darf es sonst noch etwas sein? Size başka bir şey getirebilir miyim? Nein, ich möchte nicht. Hayır, istemiyorum. Ja, kann ich etwas Tee haben? Evet, bir çay alabilir miyim? Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Tati'le kiminle gideceksin? Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Tati'le ish arkadaşımla gideceğim. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Tati'le kız arkadaşımla gideceğim. Willst du essen? Yemek 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 ister misin? Nicht jetzt. Ich werde es später essen. Şimdi değil. Daha sonra yiyeceğim. Ja, ich bin sehr hungrig. Evet, karnım çok aç. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Werden Sie dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren? Bu sene ya statili ne gidecek misin? Dieses Jahr können wir endlich in den Urlaub fahren. Nihayet bu sene tatile gidebileceğiz. Ich starte dieses Jahr ein Projekt. Wir werden nicht in den Urlaub fahren können. Bu sene BR projeye başlıyorum. Tatile çıkamayacağız. Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Daha önce buradan araba aldın mı? Das hatte ich noch nie zuvor. Daha önce buradan almadım. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Wie viele Sprachen sprichst du? Kaç dil konuşabiliyorsun? Ich kann nur Deutsch sprechen. Sadece Almanca konuşabiliyorum. Ich kann Englisch und Deutsch sprechen. İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum. Wie war dein Test? Sınavın nasıl geçti? Obwohl ich gelernt habe, habe ich die Prüfung nicht bestanden. Çalışmama rağmen sınavda kaldım. Ich konnte die Prüfung bestehen, weil ich dafür gelernt habe. Sınava çalıştığım için sınavda başarılı olabildim. Wie ist er? Onasıl biridir. Er ist ein fleißiger Mensch. Çalışkandır biridir. Er ist ein fauler Mensch. Tembel biridir. Warum bist du erst heute gekommen? Bugün'e kadar neden gelmedin? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Burada olduğunu bilmiyordum. Ich kam, als ich es lernte. Öğrenince geldim. Was sollen wir morgen tun? Yırın ne yapalım. Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Kesinlikle maça gelmeliyiz. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Kesinlikle partiye gitmeliyiz. Würden Sie gerne bestellen? Sipariş vermek ister misiniz? Ja, ich kann jetzt bestellen. Evet, şimdi sipariş verebilirim. Hayır, şimdi sipariş verebilirim. Hayır, hiç hazır değilim. 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 Mein Bruder kam gleich danach. Hemen sonra kardeşim geldi. Was für ein Mann war Michael? Michael nasıl bir adamdı? Er war ein sehr guter Mann. O çok iyi bir adamdı. Ich weiß es nicht. Ben tanımıyorum. Wann ist dein Geburtstag? Doğum günün ne zaman? Mein Geburtstag ist der 20. Juni. Doğum günün ne zaman? Mein Geburtstag ist der 5. Juli. Doğum günün ne zaman? Ben tanımıyorum. Wie lautet deine E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse niz nedir. Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglang-at-email.com Benim E-Mail-Adressim teachlang-at-email.com dir Wird Michael ein guter Mann werden? Michel, ich werde ein guter Mann sein. Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Michael'in iyi bir Adam olacağını sanmıyorum. Michael scheint ein guter Kerl zu sein. Michael iyi bir Adam olacak gibi görünüyor. Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Yolde ki kazai gördün mü? Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Kazade üc araba çarpıştı. Nein, das habe ich nicht gesehen. Hayır görmedim. Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Sizce bu elbise bana yekeşirme? Ich bin mir sicher, dass es Ihnen sehr gut stehen wird. Sana çok yakışıcağından eminim. Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen. Bu sene biraz kilolu göstermiş. Habe ich es richtig verstanden? Doğru anlamışmıyım. Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Hayır, aslında tam olarak böyle değil. Kannst du Deutsch sprechen? Almanca konuşabiliyor musun? Nein, ich spreche nicht gut Deutsch. Hayır, Almanca iyi konuşamıyorum. Ja, ich kann sehr gut Deutsch sprechen. Evet, çok iyi Almanca konuşabiliyorum. Wie läuft Tommy's Urlaub? Tommy'nin Tatil'i nasıl gidiyor? Sieht so aus, als ob Tommy sich nicht so wohl fühlt. Görünüşe göre Tommy çok rahat değil. Es läuft großartig. Harika gidiyor. Welche Farbe findest du schöner? Sizce hangi renk daha güzel? Ben mavi çok seviyorum. Ich liebe blau, ama meine Tochter liebt Rosa. Ben mavi seviyorum ama kızım ben beyi seviyorum. Weißt du wie man fährt? Araba sürmeyi biliyor musun? Ja, ich kann fahren. Ich fahre seit fünf Jahren auto. Evet, sürmeyi biliyorum. Beş yıldan beri araba sürüyorum. Nein, ich weiß nicht wie man fährt. Hayır, araba sürmeyi bilmiyorum. Mit wem gehen wir ins Kino? Sinemaya kimler gideceğiz? Ich werde ins Kino kommen. Mein Bruder wird auch kommen. Sinemaya ben geleceğim. Ayrıca abim de gelecek. Ich werde ins Kino kommen. Aber mein Bruder wird nicht kommen. Sinemaya ben geleceğim ama abim gelmeyecek. Wer kam mit dem Flugzeug? Kimler geldi uçakla? Ich bin hier. Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse. Ben geldim. Ayrıca sınıfımdan iki çocuk geldi. Nur ich kam. Sadece ben geldim. Was haben Sie heute vor? Bugün ne yapmayı planlıyorsun? Ich werde heute ein Piknik machen. Bugün Piknik yapacağım. Ich werde zur Schule gehen. Okula gideceğim. Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Sporsalonuna gidecek misin? Ich werde heute nicht gehen. Bugün gitmeyeceğim. Ich werde morgen Abend gehen. Jürgen akşam gidijem. Welche Wörter hast du heute gelernt? Bugün hangi kelimeleri öğrendin? Heute habe ich die Wörter Fokus und Spezifisch gelernt. Bugün oder klammer ve belirli kelimelerini öğrendim. Bugün yeni bir kelime öğrendim. Gibt es ein Buch im Fernsehen? Televizyonun üstünde kitab var mı? Nein. Da ist nichts. Hayır, bir şey yok. Es gibt nur eine Fernbedienung. Sadece uzaktan kumanda var. Können Sie die bei dem Treffen besprochenen Themen zusammenfassen? Toplantıda konuşulan konuları bir özetler misin? Auch ich habe an der Sitzung nicht teilgenommen. Ben de Toplantıya katılmadım. Es wurde nur das Problem besprochen, das gestern aufgetreten ist. Sadece düngelerin problem konuşuldu. Was stand in der Datei in der E-Mail? Mildeki dosyada ne lerwalde. Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Sotisch rakamlarını eklemischtim. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Gelecekse ne nin bütçe rakamları. Wie ist der Fortschritt des Projekts? Projenin ilerleme durumu nedir? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Proje neredeyse bitmek üzere. Wir machen Fortschritte. Aber wir brauchen noch vier Wochen. Wir machen noch vier Wochen. Aber wir brauchen noch vier Wochen. Wo lernt ihr Kind? Senin çocuğun nerede okuyor? Er studiert an der Schule, diese vor sich sehen. Er studiert an dieser Schule. Er studiert an der Schule. Ele course Hosp拜拜. Er studiert an der Schule.